einen wunderschönen da bin ich mal wieder euer odin und ich begrüße euch zum hardware video der webcam von havid. Entschuldigung wenn ihr gerade nichts gehört habt oder ein komisches Geräusch gehört habt, ich habe mich gerade abgetrocknet, weil ich hier zerfließe. Schnupfen kriege ich auch toll. Also der Kabel ist schon lang, also ich würde jetzt sagen 2 Meter. Also in der Armlänge komplett und an Stücke. Dann haben wir hier wie gesagt, wie ich euch im Unboxing Video gesagt habe, wir haben hier noch so ein Rädchen für laut leise, also wir haben da auch so ein laut leise Balken. Ich denke mal der soll für das Mikrofon sein, das werden wir dann später sehen. Dann haben wir hier die Cam mit dem Mikrofon und der Linse. So und zwar haben wir da Leuchten, da ist die Linse und da ist das Mikrofon drin. Und festgemacht wird sie, indem wir hier vormachen, was nicht zu schwer, aber auch nicht zu leicht geht. Also man kann hier schön, ach so man kann sie auch hinlegen. So man kann sie dann so praktisch auch hinlegen, man kann sie dann am Laptop praktisch so festmachen und dann mit dem, mal gucken, dass ihr das seht, mit der Unterseite hier, hier ist so eine Art Gummi drauf und hier haben wir dann halt hier die Kante und hier ist auch komplett so eine Art Schaumstoff drauf. Und unten drunter ist so ein Riffelmuster. Das seht ihr jetzt prima durch, wenn ich jetzt hier so drauf drücke. Ja, also kann man das hier vernünftig auf dem Laptop und dann vorne hinten das gegen und dann wird dann hier ein Druck aufgebaut, dass sie die nicht runterrutscht. Und zusätzlich können wir sie dann halt noch nach vorne und nach oben kippen. Ich werde mir das gleich mal im Hardware-Check-Video ganz genau angucken. Da werden wir die mal anschließen und gucken, ob er die Treiber auch alleine zieht. Ich werde mal so machen, sieht ein bisschen freundlicher aus. Dann werden wir uns das gleich mal angucken und dann werden wir auch mal gucken, wie die Cam-Qualität ist. Da werde ich im Hardware-Check, werde ich sie erstmal anschließen und dann am Ende nochmal ein Video machen von mir mit der neuen Webcam und dann könnt ihr euch mal angucken, wie die ist. Ich muss mal gucken, ob die überhaupt 1080p fähig ist, dass das ganze Video 1080p sein wird. Es sei denn, wenn die jetzt nur 720p sein wird, wird das ganze Video in 720p sein. Obwohl, ich habe ja meine andere Logitech-Webcam jetzt da dran, die ist ja sowieso eine 720p, also wird das Video sowieso nur 720p sein. Becken Trottel. Ich nehme ja nicht mit Kamera auf, ich nehme ja dann mit der Webcam auf und mein Desktop. Aber das soll jetzt auch soweit gewesen sein. Ich bin erledigt, ich bin geschwitzt, ich verabschiede mich. Ahoi, sagt euer Odin.